2016 standen hier zweimal 20 kW CTS. Jetzt wecken wir also hin 2016 zu 2024 und da haben wir jetzt 8x 300 kW von GoFast. Eine wunderschöne Schritt-für-Schritt-Anleitung wie man eben zum Laden kommt. Wir sehen eine 1 zu 1 Anleitung wie man die Hotline erreicht. Und dann gibt es hier Kreditkartenterminal und bezahlbar ist es mit Visa, Mastercard, Apple Pay und Google Pay direkt hier, d.h. ad hoc hier bezahlen. Die Ladesäulen können auch mit einem Anhänger problemlos erreicht werden. Es sind aber auch sehr viele Informationen auf dem Display ersichtbar. Schaut euch mal hier an, Spannung, die Stromstärke bis den geladenen kWh, wie lange es gedauert, wie lange wir schon am Laden sind. Dann kann man hier noch drücken auf Ladeinfo. Jetzt sehen wir auch noch hier die Ladekurve und das ist eben die wunderschöne Entwicklung der Technik. Da haben wir begonnen mit zweimal 20 kW CTS. Die Entwicklung geht weiter und ich freue mich extrem darauf, diesen Weg mit euch zusammen zu erleben. Nachrichten von Ladekurve und einer